5. Wunderbar 5. 5. 2. 3. 6. 5. 10. 10. 11. 11. 12. 14. 14. rechts ist eine bienentruse und förderbar ich kann die nicht markieren ich habe mich geschossen muss man auch was Dürkchen! Ach nee, ich sehe auch so ein Arschloch. Bei mir ist was? Ja. Bei mir quasi. Versuch mal hinten rum zu kommen. So ein bisschen zwischen uns zu haben. Oh, jetzt steht hier hinten ein Emulator. Hier bei mir läufts. Ja, da muss der jetzt hier sein. Bis jetzt immer nur ein gesehen und ein gehört. Da ist er. Es könnten zwei sein. Einer der schnell läuft und einer der nur langsam hin und her. Ja. Hinten verpisst sich einer durchs Wasser. Einer Jäger? Ja. Mit einem verpult. Der läuft nach rechts aus. Aber du bist das Mann, alter Schwede. Ich habe hier fast einen Herzinfarkt bekommen. Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Hunde kommen hier rüber. Ich mache jetzt den Lockvogel. Muss da in der Hütte noch irgendwo sein. Hast du das gesehen? Nee. Hunde sind bei mir. Muss sich töten. Hunde die jagen, ne? Hier muss ja auch noch was sein. Hier oben ist noch Emulator aktiv. Naja, klar. Wer steht da in der Hütte drin? Ich bin nämlich um den Emulator. Wo lang ist das? Schön gemacht. Aber Emulator-Foto Asch. Oh, das ist gar keine Deckung mehr. Scheiß. Ich weiß nicht, ob da ein Vieh unten im Wasser ist. Ja, ich weiß nicht, ob der da im Haus noch ist. Also hier Richtung Nordwesten ist jemand durch dem Wasser gelaufen. Ja, das wird auch nur eine Lockente sein, weil die Blitze sind noch im Gebäude drin. Dich mal so tippen. Normalerweise haben die ja nicht, oder? Natürlich haben beide aufgenommen. Ja. Da sind sie. Wie gesagt, und der eine Pimmel draußen rum. War man es in drei? Nein, aber definitiv draußen in der Hütte. Ja, ich weiß, aber hier im Nordwesten ist einer durch den Wasser. Ab links gelaufen, das meine ich. Ab links gelaufen, das meine ich. Vielleicht. Vielleicht. Das ist Arsch. machen sie musik an dieses da hinten im haus zu dir gerannt die arschlangen sehen uns ja ja deswegen bringt sie auch nix der seite zum ausgang gar keiner und gaul zu hören machen die da schiss dass der dritt uns jetzt gleich im rücken fällt das eine verreckt also sind es doch mehrere warte mal sind schon am ausgang wo die blitze sind dann schießt hier drinnen irgendetwas anderes also hier läuft es noch ich bin noch einmal kurz am ausgang vorbei kese 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 wo waren die beiden sind doch wieder weiter reingegangen die blitze oder ist so schwer zu erkennen hier oben müssen die seien und läuft und läuft hinter mir ein habe ich alte scheiße der sie angeschlichen also richtung 255 ja ich gebe das mit dem vogel hier auf hat er mir die weg für mich die waffe ist nicht nachgeladen ich könnte kotzen auf 240 genau von mir ich bin noch eingesehen da kommt einer gelaufen auf dich zu mit zwei mann bohr sauber sauber alter schwe auf eben den scheiß und weg geräumt ja das hier der vogel der die ganze zeit im haus rumgepüppelt ist meine fresse kannst du noch mal machen ich habe komischerweise über fünf sekunden schwein gehabt ich drehe mich um das ob der schon hinter mir da hast du schön weggeknallte ich sag dir also zwei hintereinander das war schon geil die entfernung man war das unübersichtlich ja mit feuer geschmissen habe jetzt schickungsgranate wieder ausgemacht gesehen habe ja aber du hast mir gesagt dass ja eine kommt das war schon mal gut hat mich zwei mal drei mal getroffen ich habe mehr glück als verstand gab und dann nicht früher man da die datei hat dann dort spiel schon mal die verzehren sagt wo ist das das fächern das fächern das fächern was hab ich denn überhaupt springfeld machen wir das das fächern war aber mal hier was auf maria mit also gift für die gift stag line alex 1.0 joint server ich hatte jetzt nochmal user join your channel na ihr kleinen pimmelse ab von das warum bist du denn noch auf musst du nicht schon lange im bett sein ja was ist da los ja ich muss nicht schlafen wir haben von pimmel geredet gibt es ja gar nicht achso wir haben von pimmel geredet deswegen musst du so rum ja 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 naja 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 ich dachte ich treff Claudio hier nochmal heute an zum gemeinsamen muuuu 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 stumpf na ja vielleicht vielleicht hat sie für sie gemacht und kann ich kannst du mal ganz wertvoll hochladen verteilen sind nicht mächtig ich hätte das jetzt hier bei discord versucht ja so ich wollte es ja auch erst im disco nur den ton nur ton das geht das müsste wird das gott funktionieren sobald mit bildern ist noch schlimmer sind tippen bilder die größer hat so 50 seiten oder ja ich war sehr froh dass wir ja weil ich habe alles vergessen wer freut sich immer so wenn wir beide schicken ja gut du hättest du wahrscheinlich erstmal alle das heft decken und auseinander fredeln müssen wahrscheinlich ist das nicht geil dass es kein papier mehr in solchen sachen gibt ja gott sei dank du lebt nix mehr und so ist aber auch nicht gut ist aber auch nicht gut für das display oder der hat ihre tage die war ganz blutig auch gott alter hier kroner party in dem puff das war schon wieder scheiße ein von den lebensweiten los war nicht weit geschossen hat der bild mir sowieso nix wie der fuß also mal wenn dann hier vorbei und knallt mir eine das war ja total hirnrissig und vom station bezahlt worden was 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 labert er gerade das passt gar nicht zu den bildern das stimmt wir kommen ja guck mal die sind noch weggeflogen bevor ich was denn hier leiter tonister auch weiter was denn da los ja das ist der tonister man der sanitöter ist das ich schmeiße immer ne sonitöter gutzeler er nennt ah ist netter Typ ey die wir da mitspielen müssen also war gerade zwei glückstreffer ne das heißt nicht dass das hier jetzt wieder klappt mein gott bleibt doch mal da sind aber auch schon wieder drei wenigstens keiner mit feuer ja doch der doch der doch der doch doch der doch der ist in der doch der ist da doch der ist da doch ist auch rein ja wo rechts da vorne sind hunde wieso markiert er denn nicht jetzt blödes teil ey da hinten waren auch hunde also auf beiden seiten külter ich bin mega nervös hoffentlich dass da fast ne schwenkfalle ist schrottschnabel rumpelt da drinnen rum heute hier einen der so dauernd auf kuschelkontakt jetzt wüssten dass das auch zwei sind dann würde ich dir zustimmen ja wir sind zwei die können drei sein da musst du noch mal zwei glückstreffer hinlegen alles kommt ja mit jalla halla rein laufen sie sind im keller das ist ein höher Das war's. ach der ist nicht tot na kommt nie funktioniert nur einer kann ich dir nicht sagen na ja das war es dann die brett schon aber ich weiß nicht ob das gut geht wir müssen gucken ob hier drei leute liegen doch die noch schönen abend das dauert immer so lange nicht mehr so eine große hilfe ich habe nämlich nur noch einen lebensbalken 50 punkte das war es dann ein schuss und dann ist finnisch hätte schwören können dass er geschrien hat aber dann hat er nur gesagt dann stand der andere vielleicht direkt dahinter hat mich gleich erwischt das kann auch sein definitiv nur zwei beiden hier unter dem feuer ist aber dann habe ich aber auch beide mit fächern weggeholt nach waffen geguckt was haben die denn schönes wieder ins feuer hier hinten ist noch einmal munition hier ist auch noch mal muni hier ist richtig gemacht geworfen ja ich gucke einmal rund das gesehen hallo hallo eben habe ich noch gesehen und jetzt bin ich total hier bin ich raus hier geht es aber runter die sind dann verbannen es hat heute spannend hier muss die unbedingt die wiederholung mein gott noch nicht mehr hüpfen halb tot ist oder ein 15 prozent normalen müssen wir zumindest vor den aussagen nichts vor uns wenn man eine spitze hinterher was ist nix aber klar Ja, ich habe einen Illuminator, einen Blitzilu habe ich hier. Na, willst du noch rein? Und das noch rein. Dann kannst du den Lüben bleiben. Ah, klar. Wir haben mal geguckt, die Kudos. Entschuldigung. Er hat mich überrascht. Oh, ich soll nur drei Mäuchler töten. Hier wird's Pillen. Ein schlechter Trophäe. Ein schlechter Trophäe auch, soll ich aufnehmen. Hier noch was für die Creme. Ich versuche mal, ob ich die mit einer Chaos rummage, aber ich glaube nicht. Nee. Noch sehr gehundert. Auch auch so ewig, bis die losknattert. Äh. Boah, hast du, ne? Oder? Ich habe nicht geschossen, nein, nein. Hast du die Chaosbombe geschmissen? Ja, ja, klar. Ja, die schießt doch. Ja, du hast gefragt, ob ich das war. Nein, ich habe nicht geschossen. Ja, danke. Ja, du hastonton! Ja, wie der Trepp jetzt Kommöl wird. Ja, natürlich. Und wenn du mir die Kürung über den vier machen. Boah. Puff. Jetzt Jörg über den vier machen. Ich will einmal die Kürung über den vier machen. Boah. mehr glück als verstand ich sagst du wie ist der eine nummer den manchmal spielen ist die alte habe ich lieber das wicke nie wieder sagte weggeputzt geflankt tatsächlich den ersten habe ich erwischt und dann hat muss der zweite mich instant erschossen haben jetzt wirst du tot da spitze tötungen eine wattest du jetzt den ersten oder nicht ja ich habe nämlich auch zwei unterstützte tötung die war wahrscheinlich so weit runter geballert jetzt habe ich falsch geklickt verdammt so geht auch der wollte hinter ich habe ein highlight gekriegt jäger getötet ja also vielleicht waren da doch drei vielleicht lacht er unter der dinge ich weiß nicht so und so habe ich mich gerade verlesen und das war jäger am boden ich weiß es nicht wer habe ich meine ich hätte auch ein schreien da in dem video als du daran warst mir auch so als wenn der geschrien hätte deswegen war ja so verdutzt dass ich dann sofort umgefallen bin das sagt denn das beginnt früher zu regenerieren hat sich nur das nicht mehr leben scheiße ich zufällig noch eine spezielle waffe aufgehoben kenne es seit nun es geht es möchte ich noch mitnehmen die kleine gift spritze ja noch nie mitgenommen und ich nicht mehr so schnell die große mit großes dynamit bündel habe ich noch ich denn hier wenn man bei ausrüstung bei waffen das war ja fünf punkte das war jetzt hecken schütze ich habe schon wieder nicht gemerkt ja hecken schütze schütze schnipp ich mir jemals diese ganzen zu vergessen weiß ich nicht aber die sich glaube ich auch da ich habe keine ahnung was ich hier mache ja komm hier kann die können auch mit achten video mein kopf ist gerade mir geht nicht 151 mb muss ich meine ich glaube gar nicht im wohnbeut legen glaube ich du bist so stille ja passiert war es doch noch was sie macht rede und antwort jetzt sofort sagt sagt ihr geld ausgegeben haben wir nein wir haben den wocheneinkauf getätigt hast du so spät na ja die hälfte ist zu spät gerade schon ich hatte so ein hunger ich war ein bisschen pisslaunig ne weil wir erst zu spät muss im verhandeln aber wir wollten zu dritt wir haben noch auf chiara erwartet und morgen essen wir schnitzel mit spargels war so gut das waren denn noch einkaufen waren weil ich habe spargeln gefunden spargelschnitzel morgen ich habe mir heute jägerfrikadelle gemacht das ist dann eine jägerfrikadelle ach mit jägersoße mit jägersoße mit jägersoße mit jägersoße mit jägersoße meine boletten waren schon geil dann noch die dings darüber jägerssoße ich bin aus der braten bratenfett gemacht weil ich kann eben 500 gramm hackfleisch jetzt nur zwei große und danach dann drei kleine sind gar nicht so kalorien stark kann man ruhig mal so eine packung essen plus ein kilo kartoffelsalat ich glaube das schlimmste da drin ist dass man hier mir dann aber man da reinhaut denke ja das ein also eingelb glaube ich naja ist ja nicht so schlimm aber ich weiß nicht ja ich habe nur eins aber das ist kosmesterol wo kommt der denn her ich habe schon gedacht ich wollte jetzt vergessen ohne die angefangen da direkt angehalten hat sich um die dreht habe ich sie dachte hier so beim quatschen warum habt ihr das geld nicht mitgenommen was hier draußen liegt wir wollten dir eine spende das ist eine kleine spende für für eiskugeln ey wir haben Hegendas gekauft ich wollte nämlich eigentlich beim Rewe Lieferservice bestellen da habe ich gesehen Hegendas ist im Angebot also habe ich mich dann doch gefreut dass Leute nach einkaufen gegangen sind dann haben wir uns jeden ein Eis gekauft achso du warst ja nicht bei Rewe doch wir sind zu Rewe gefahren das macht wunderbar im Qualmnet da unten so komm raus komm na komm raus komm na komm raus grüß dich bitte da kommt noch ein zombie hochgelaufen die sind von rechts Claudie äh ich bin gerade raus Claudie danke ok und Südwesten ballert ja hört mal her blöde блиn mit dem bienen ja wo gehen wir hin lächeln kräber ich erlob ja ich habe es verstanden keine ja schlaf und Mike war ja auch so eine Mädels Antwort ich glaube ich habe gemerkt dass du genervt war gar nicht war nur enttäuscht ob diese antwort ich war ja noch da aber schön blau jener näher zwei mal auch so und dann und dann was du doch mal ausreden was muss er denn verbrennen totschlagen schließen aber ist kein blechmann oder ist ja ganz normal hier ist rot meine güte ist hier schon wieder ein chaos wir haben schon drei hinweise vom schwein ja ich habe ein feuer durch die aktion ich schieß mal ich schieße ich schieße auf den neuen gerüppelvogel auch da will mir die spät zu spät ich habe mich schon eins von meinen genommen ich kriege besuch ja eben muss da ja ja und alles ist hier alles ist hier ja das kann sein was haben wir denn das schwein ja ich kann es hier umstampeln und man das anzustecken ja danke ich dachte ich schreibe warte mal ich hab noch was für die man jetzt allerdings bitte geh hoch der ist raus habe ich sie getroffen seid ihr echt wir haben hier aber auch nur einen eingang wo ist der runde wegschießen der hat getroffen ach interessiert den scheiß mhm war nicht doll ja ich werde angeschossen draußen draußen wirst du angeschossen ja ausüben wahrscheinlich kann nicht sein hast du mich getroffen nein aber ich habe gesagt es kommt besuchen das ist bestimmt nebeneinander die sind noch nicht hier die müssen noch weit weg sein ich sehe sie da hinten schon laufen zwei stück drei stück südosten laufen nach ost nordost ja hier im wasser ist auch was treffen äh sind zwei teams ja 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 aber es kommt kein besuch ja noch eine bieten wird super haben wir irgendwas wie ein hammer hier ich glaub damit ist ja am besten ne scheinen sich erst an sich selber zu tun ey aus hier in ordnung was kommt auch noch was das ist noch weit weg wir sind noch nicht nah dran wir sind noch nicht nah dran Ciassi hierileri ein ist das die Warten doch jetzt bestimmt, bis ihr da fertig seid. Ob hat er verloren? Noch ein Viertel. Oh, ich werde schon wieder hier. Na ja, aus Nordosten. Richtung Nordosten steht einer mit Cowboy-Hut. So zwei Richtung Nordosten. Aber der ist tot. Eine mit blauer Jacke. Ist dann noch ein Mädel. Mehr Richtung Norden. Ah ja. Ich anfange zu verbannen. Ja, hier im Nordosten läuft noch was. Irgendwie helles Oberteil. Scheiße. Alter, da sind auch reichlich. Alles vor dir. Na ja, lass mal hier weg. Na, der Pusch. Der alte Mistbock. Ist nicht auch da, okay. Da oben im Busch ist einer. Da oben ist einer. Getroffen im Busch. Oh, ich bin tot vom Dach. Hä? Nichts zum Haus gucken hier. Scheiße. Ich bin runtergewählt. Ja, ich versuche mal hinten irgendwie. Oh, alter. Was ist das für ein blöder Bunker hier? Das ist ein Tor. Da sind zwei. Wahrscheinlich der Mieter vorne. Da sitzt. Oh, okay. Aus Richtung Süden schießen sie auch. Hier sind genau dazwischen. Wir sind so am Arsch. Ja, auf dem Dach oben. Kommt von allen Seiten. Ja. Lass mal gucken. Süden bin ich der Meinung, der hat einfach nur durch die Tür gegangen. geschossen, weil sie aufging. Der könnte noch weiter weg sein. Norden sehe ich nichts mehr. Ich gucke gerade unten. Die waren recht nah. Und, äh, in... Naja. Süden. Ich muss jetzt irgendwie... Weg nach oben drücken. Oh, den hätte ich so schön haben können, ey. Oh, zwei Seiten. Und unter dir, Alex. Ja. Kannst du markieren? Angeditscht. Da habe ich gesehen. Fuck. Der läuft hinter dir, oder? Ja, ich bin der Meinung, ich habe auch Schritte gehört. Komm. Alter, wie schlecht. Ja. Ja, sauber. Die links von mir läuft was. Ganz nah. Ich bin wieder hoch. Das bist du, okay. Den Typen da hinten an einer Kiste immer noch nicht erwischt. Ja, hier, der ist weg. Der hat geschrien. Okay. Schon nah, ne? Pass auf, da liege ich irgendwo. Mal die Scheiß-Tür zu. Wenn wenigstens eine Seite dicht ist. Guck mal, den Vogel können wir noch mitnehmen hier. Claudio, da liegt der Einer. Kann sein, dass der wieder geholt wird. Nimm mal bei erster Energie. Kann ich nicht. Ich bin voll. Alter, mach ja die Scheiß-Tür zu hier. Ich komme hier wieder rein. Ah, hier läuft noch was. Ach, töten. Wollen wir nehmen? Ja. Ja. Erstmal zu Claudio, dann gucken wir, oder? Hier laufen zwei, ne? Ja, direkt vor mir ist einer hier. Da ist einer, da hinten. Ja. In die Richtung. Das Tor Richtung Süden habe ich vermied. Da ist der Claudio, in die Richtung. Ey, ich sehe hier nichts. Das ist nicht so die dollste Stellung hier. Stinkst. Wir müssen in die Richtung, wo der eine ist, rennen. Wo war der? Kannst du nochmal markieren? Direkt vor mir hier. Okay. Wenn ich gucke von oben aus dem Fenster raus, sehe ich aber nichts. Der ist hier hinten weggelauft. Vielleicht ist der auch in den Dungel gerannt. Ah, nee. Der hat mich gesehen. Ah, ist das hier ein Mist, ey. Mist, Mist, Mist. Ich gucke mal, was zu sehen. Ist doch wieder da hinten? Das gibt's doch nicht. Wo geht's? Ich seh' nichts, ich komm' runter. Da ist einer. Oh, scheiße, da sind drei. Ey, Christian, dauert endlich Blechkass. Der liegt direkt vor mir hier. Mein Gewehr war nicht geladen. Ich hab mich aufgepasst. Das ist nur einer da, hat mich vor mir. Ja. Ist denn der Scheißer, wieso brenne ich jetzt? Oh, das war ich dann. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht zu fassen. Was kann eigentlich alles schiefgehen? Doch, der liegt da noch. Hören, der lädt nach. Kann ich mir viel haben? Das war er. Gehe ich wohl, Alex. So ein Scheiß, ey. So im Wissen, der. Nordosten und im Südosten. Da war noch orange, als ich vorhin geguckt hatte. Ja, aber wir müssen hier Richtung Norden. Äh, nee, hier. Richtung Westen können wir raus. Ja. Hier, der Sack. Da war er hier im Wasser irgendwo. Da ist doch egal. Hab' ich auch nicht mehr gesehen. Mitipack oder so wär' schon cool. Ah. Super. Ich hab' gerade Energie genommen. Wo? Ich hätte keine Energie nehmen sollen. Ja, hinter mir. In den Rücken geschossen. In den Rücken? Ja, klar. Ja, ich bin auch tot. Ich hab' immer wo an dem ollen Baum dahinten hocken. Nein, nö. Kommt was. Ja, ja, ja. Der will. Was denn? Jetzt. Ich hab' nicht auf'n Kopf geschossen. War doch der letzte? Nee. Äh, egal. War mir nicht. Hast du noch? Links? Äh. Verlassen? Wieso? So, jetzt hätte ich einen schönen haben können. Jetzt ist er in der Deckung. Dann hat er sich nicht bewegt. Der guckt gleich raus. Ja. Kuba. Jetzt macht's gleich piff-paff. Und das war's dann. Schnell weiter zu Mike. Ja. Ja. Da war's. Alles klar. Für mich. Verholen. Ja, versuch. Soll ich Alex? Na, jetzt hol' mir noch mal. Äh, wenn du mich noch holen kannst. Weiß' ich gar nicht. Bei dir ist'n Totenkopf drauf. Ja, dann nicht. habe ich ganz auch noch mal gucken wo die sind alles wissen der seite sind die links hinter dem baum hinter dahinter was nehmen und dann weiter noch mal einbalken ganz an die nur weg da rechts hoch zu den krämen ja das ist jetzt leicht rechts halten dann recht leicht also ja genau die richtung vielleicht einmal ist das was vor dir ist wenn du gucken kannst nein warte kurz und noch mal zur richtung wenn ich nicht auf einmal rechts wandert einfach gerade auslaufen also entschuldige mal gesagt links weiter links ja weiß ich nicht jetzt kommt noch mal mit einem links vielleicht schatten ansicht oder die runde sich damit sich damit gerechnet dass die weg ja 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 habt ihr jetzt körper noch und wir Tamil zurück Blutlinien-Gipfel, Level 100. Ja, hast du es geschafft. Schön. Ja. Oh ja, bei den 50er. Okay. Okay. It's okay. Ich glaube, der ist Videobeweis von da und gerade ist weg. Ach ne. Ach guck mal, das ist Schrot. Oh. Oh. Hmm. Hmm. Ein Pritsch. Oh. 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 letzte runde wo ist das heute so in violette ist die farbe der unbefriedigten frauen könnte man es ist montag aber ist man schon mittwoch wird gesehen ich habe noch fünf tage resturlaub hier ist 15 ist was großes blaues gerade verspielt ich war schon ärgerlich wir haben uns so auch ganz gut gehalten wir haben es denen nicht leicht gemacht das stimmt hat sich denn hier an dem ding entleert ich muss sie töten versuch mal dein glück er hat nie pups ist hier ist eine dicke lila grüne wolke lila ist noch ein simulator ich blute ich habe kein mir die pack suchen weil wir lieben auch noch danke ich habe auch gefunden kann ich irgendwas sein hier sind so viele schöne sachen wie es so nach hier ist irgendwas ist hier schon kann man sich so gut versorgen gefängnis war gefängnis zu haus mit jetzt noch geld war da sind enten unten unten sind enten hier läuft was um hier läuft was er ist tot war der alleine ich habe nur den eingesehen den lebensrotter hatte ich immer ein bisschen weiter ins gebüsch ich war der stock um in die sie hier keine leiche so weit im gefängnis hast du jetzt geschossen ich habe mir die lampen ich möchte gerne leuchten ich möchte mir den weg leuchten das ist nicht so einfach wenn als ich mich dazu entschlossen hatte zur seite zu gehen da war ich schon tot ja ich wurde auch übel getroffen wo oben im gefängnis hört sich so an scheiß position hier muss ich ja mal sagen aber zwei sind tot hast du den gesehen damit nein scheiße der armbrust deswegen liegt direkt an der kante vielleicht kriegst du mich der muss oben am gefängnis sein ich habe in der richtung genau das ist mein problem wenn ich jetzt ich habe noch nicht mal die chance in die richtung zu zielen alte scheiße wo der hatte keine armbrust was andere waffe ja kann sein spaß das geht ja schnell kaputt ich habe jetzt nicht gedacht naja ja 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 ich es zu sorglos gewesen ach mal jetzt noch eine runde oder ja habe ich ja gesagt also ich mache aber das hast ja gesagt bevor du gestorben bist nein bevor ich bin ich nicht du stehst ja immer auf und dann hört man das nicht mehr so ganz gut das mikro halt hier hängt abhängen für 1600 marschlecken nur weil er hier so eine munitionskiste nichts dem linnig rekrutieren wir den hier ich könnte auch mal eine andere waffe verwenden war wird uns auch irgendwo hin und spiel ausgeben und irgendwie wird er immer mehr nicht weniger naja aufmerksam war mit cpu bis zu 100 prozent bei dem spiel manchmal auch ich arbeite die sommer und das spaß man guckt gpu natürlich auch ist mein kopf heute nicht auf konzentration ausgelegt die batterie deiner apple watch muss mindestens zu 30 prozent alles klar so we Okay. Wer hält, wo mehr Pfeffelt? Mit Schwanz, ne? Ich den Gold am Morgen. Ach ja. Ein Bett im Kornfeld. Oh, guck mal, ich hab getroffen. Da ist ein Zombie. Jeder war wohl ein Pferd. Hab's aber erwarten. Ja! Na? Ach da! Engel laufen. Na 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 na! Ja! 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 Bitte mal! Bitte mal! Da, ich sag euch! Das ist nicht schlimm. Können sich hier Gott sei Dank nicht bücken. Ja. Hat man einfach von hinten verboxen. Genau dazwischen. Wer ist? Ach wie? Nein, links wird geschossen und rechts wird schon auch. Okay. Ne, ich dachte ich seh Alex schon wieder vor mir wehr. Ja. Hier ist ein Immo. Hast du? Werkzeug für den? Aber ich mach jetzt hier drin eine Stolperfalle, ne Alex? Ja. Hier jetzt nicht wieder. Da ist schon der Arsch drin, ne? Da ist schon der Arsch drin, ne? Was bringt mir nicht hier? Ah, hier sind Crenen? Haben wir hier, ähm, m, 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 m? ich wollte nach feuer fragen hier wäre noch eine bienentruse für jemanden der das braucht ja aber ich würde gern da vorbei auch es tut mir leid was gar nichts gesagt aber die hinweis kann man trotzdem für die punkte aber wir kriegen halt besuch aus richtung westen war schon gar nicht so weit weg ich erinnere an eben ich habe so dass wir in der letzten runde ruhig die dinger mit hat also ich könnte von hier aufpassen soll ich ein besseres sniper als ich und ich reingehen das war das geschossen aus leuchten hier leuchtet im wagen ist glaube ich war es achtet war alles entschuldige ich habe dann zweimal geschossen der ist abgehauen er hat auf die hunde geschossen dem geht es gar nicht gut er ist an der mauer na süden kommt auch näher angeschossen eingelaufen da gibt es hingeschmissen rechts der kommt wieder nach links glaube ich geh zu mir meinst du? da ja wohin ja ich bin ja okay das war deine mine die gerade ausgelöst hat er läuft hier vor das habe ich jetzt geschossen alles zum ablenken ich hoffe dass er rauskommt soll die ein bisschen weiter hinten rum? nee ich traue mich nicht flankieren irgendwie von da weißt du? die sind hier rein ich weiß nicht ob die hier in dem Schuppen sind in dem Schuppen guck ich rein da habe ich was hinterm Schuppen sitzt einer das habe ich ja dein Kumpel kommt da hinten wo ist denn da hinten? oh die schmeißen hier irgendwas oh ich bin tot eine splitterbombe haben sie geschmissen oder war das deine? genau in der nähe alles? ja ich versuch mal Claudi zu holen oder zumindest uns dort zu gucken was da unten los ist ah die schieß noch nicht links war noch einer ja ist der tot? nein zwei mann liegt vor mir die sind eine vier und ne Ah, noch zwei. Ah, jetzt wahrscheinlich wieder. Den ersten habe ich wenigstens. Ich glaube, der nimmt ein großes Gewehr. Ah, ich wusste es nicht, dass wir schon so weit, wusste ich, dass er schon so weit rum ist. Scheiße. Oh ja, schade. Komm mal auf. War schon zu viel Glück, die ersten Runden. Die Lange. Er wird heute eh schöne Schießereien, oder? Ja. War auch gut. Er hat mich immer gewöhnt. Mit diesen Doppelpistolen, da habe ich noch nicht viel gespielt. Er ist nicht so schwer, ich spiele die nicht gerne. Warte mal. Ich habe aber nichts bei Nvidia Highlights, von wegen automatisch speichern, ne? Okay.